So, da sind wir wieder. Alles komplett gereinarriert. Und wir laufen weiter. Und zwar... Ohne. Ich möchte das Ding mal weiter aufladen. Und... Äh... Ich hab nichts auf der Betäubungspistole. Das ist scheiße. Dann muss ich die Operator nehmen. Ich hoffe, man hört die Wellensittiche im Hintergrund nicht so... ...stark. Na? Mal wieder. Warte. Warte, warte. Warte. Guck mal. Die läuft... ...von da aus. Und die gehen nach da. Okay. Also... ...in die Richtung. Ganz vorsichtig sein. Hier müssten die sich wieder trennen. Die gehen nach da. Die kommen da her. Das bedeutet, wir müssen... ...nach hier. Guck mal, da steht einer. Den krieg ich aber so nicht. Oder? Doch. So. Solid Eye. Du sagst. Geil. Die gehen alle... ...hörst du mal. ...hörst du mal. Gehen die in die Richtung? Oder in die? Ich glaube, ich geh mal... ...hier hoch. ...hier hoch. Ne. Also... ...es geht... ...ab nach unten. Wow. Wir haben es geschafft. Wie schön. Kann doch nur gut sein. Kann doch nur gut sein. Das kann doch nicht sein, dass da oben keiner ist. Ach, Vamp. Das ist gar nicht geil. Ihr geht jetzt! Wir können jetzt nicht mehr... Wir können nicht wissen, was passiert. Wir sind vor Wünscher. Wüffre das letzte Mal. Wir haben bereit, das immer was. Ich will mich für ein cooles Leben. ...wählen, die dir nicht her. ...wählen... Ich bin bereit sein, dass der Einstretzen zu verratzen. As you wish. We'll begin shortly. We've got to go ahead. Begin. We'll use his blood. It could get intense. Brace yourselves. Shots, all of you. Yes, sir. I'll be taking a nap. Okay. Okay. Ah, es bedeutet, wir sind wieder zu spät gekommen. Ah! Ah! Er schreit. Der Schenk! Der Schenk! Snake! Das funktioniert nicht. Die Emotionen sind in Ordnung. Jo, natürlich! Heißt das jetzt, ich muss gegen Metal Gear's kämpfen? Ja! Hehehe! Boah! Was das für ein Typ ist? Oh, nein! Der Bombsquat! Der Bombsquat! Oh shit! Oh shit! Als erstes wird eine Cola angeboten. Okay! Na ja. Das erste haben wir schon mal geschafft. Snake! Ich bringe den Chopper zum anderen Seite des Markets vor. Das ist so nah wie ich kann. Du musst es in den Markets irgendwie machen. Verdammt! Oh shit! Oh shit! Jaaa! Jaaa! Da hing noch jemand dran. Da hing noch jemand dran. Ja, da hängt noch einer. Jaaa! 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 Du bist hinter mir. Hey! 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 Komm schon! Es blutet also können wir es tösten. Auf die Beine Auf die Beine Boah Ah, komm schon Okay, Kraftwerk Weiter geht's Die Gekos sind richtig scheiße Okay, aber ich würde sagen Ich muss hier mal kurz stoppen Und bis zum nächsten Mal warten Die Gekos sind richtig scheiße Speichern Gut, dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020